Müssen Christen den zehnten Teil ihres Geldes geben als Spende? Das ist die Frage. Dieser zehnte Teil ist ein Gebot aus dem Mosaischen Gesetz, 5. Mose 12, Vers 5, in dem Gott per Gesetz regelt, dass die Israeliten den zehnten Teil abgeben, um den Tempelbetrieb und die Versorgung der Priester usw. sicherzustellen. Dieses Gebot ist für wiedergeborene Christen damit nicht verbindlich. Was sagt das Neue Testament zum Thema Geben? Erstens, in 1. Korinther 16, Vers 1 und 2 wird deutlich gemacht, dass finanzielle Sammlungen, materielle Sammlungen im Rahmen der Gemeinde Gottes biblisch sind und auch richtig und wichtig sind. Zweitens, darin heißt es auch, dass jeder geben kann, gemäß der persönlichen finanziellen Möglichkeiten. Es wird keine Zahl vorgegeben. Es kann der zehnte sein, wenig oder mehr, in Abhängigkeit der persönlichen finanziellen Möglichkeiten. Drittens, Gott erwartet oder wünscht sich Bereitschaft von uns zu geben. Das macht das Gleichnis in Lukas 21 deutlich, wo es um das Geben geht, der armen Witwe, die etwas gibt. Es geht also um die Bereitschaft, etwas zu geben, die sich Gott wünscht. Viertens, es geht weniger um die Quantität, sondern eher um die Haltung, wie wir geben. 2. Korinther 9, Vers 7. Gott wünscht sich fröhliche Geber. Also es geht um unsere Haltung, das ist wichtig vor Gott, und weniger die Quantität. Fünftens, geben ist ein Opfer, ein materielles Opfer. Und dies wird auf die gleiche Stufe gestellt wie Anbetung und Lobpreis, das ein Herzensopfer ist. Hebräer 13, Vers 15 und 16. Das heißt, das materielle Opfer des Gebens, das materielle Opfer steht auf gleicher Ebene wie das Herzensopfer der Anbetung. Und sechstens, verantwortliche Personen in der Gemeinde Gottes sollen darüber entscheiden, wie das Geld eingesetzt wird, idealerweise für das Evangelium. Das sollen einzelne verantwortungsvolle Personen in der Gemeinde Gottes entscheiden. Be Ole Anbetung Berth bei eatern Kirch